wo sieht man den zuschauer also da als sage ich ganz ehrlich ich war noch nie obwohl doch mexiko mexiko war auch schon echt krank aber hier das ist eine aussicht es kommt nicht mal rüber über die cam und sonst noch hat ein gutes t-shirt das ist meins also hast du meins angezogen das hat ich doch gerade eben schon an deswegen mein cooles t-shirt bei dir hast du so ein trottel leute hier ist hier ist unser liebes paradies hier ist unser liebes paradies da schläft elie und da schlafe ich auf ihn drauf das ist nicht mal das ist nicht mal groß das sind 100 generation das ist für generation ja alles gut lange hose sehr wohl ich glaube der mann wusste nicht was sie blüht mega ich schließe nur ihr lieben könnt ihr mal aufhören so verwirrt ja ja ich will zum strand ja cool cool könnt ihr auch wenn du lieben will zu schreiben junge ist das schlimm elie ist so lost und überfordert junge chat wo sind meine unterhosen großer wusste schminke wir haben eine challenge aufgenommen mich und willi so fragen sowas wie zimmerduell was ich schon schon hatte mit mit willi zusammen so wer wer hat den längeren schwanz wer ist schneller wer hat mehr mädchen gibt ja sowas kommt morgen oder heute ich weiß nicht kommt auf jeden fall die tag online auf deine einzelne leute auf dem zweiten kanal die mode only chat perfekt hast schon das haus gesehen ja war unten und so guck dir mal ein mba trikot hat er selber guckt euch die form an keine ahnung aber zieht dir was an zu glaub ich keiner sehen das wird keiner sehen da habe ich schon eine ja über die liebe gemacht ja ich sag doch ich kann nicht mehr in der sonne eine sekunde chillen das kennt daher aus mba kann er gut und da ist das essen auf also da kann man essen so ein quatschkopf zeig mal deine beine um ne steh mal normal ne ne hast du nicht zeig mal meine zeig mal meine narbe geh mal her ich bin gezeichnet ich bin gezeichnet ihr wisst alle was wäre wenn diese narbe nicht am start wäre merkt ihr selber die qualität ich wäre jetzt bei menu leute gleiches gleiches schicksal wir werden zusammen auf der ich werde acht und ich würde dich füttern ich würde dich füttern ja ich habe gerade fast ins auto gekotzt beim elie abholen wo ist der kleine mann da ist er ich bin noch mal rein der ist nicht kalt marlon kommt ich ja wenn du reingehst gehe ich auch mal und gibt die gesellschaft das ist zu laut da drin Ich schwöre, Jessy sieht aus wie Dings, Mbappé. Ey, ich will Armdrücken sehen. Armdrücken, Armdrücken, Armdrücken. Ich will warten, dann warte ich aber noch dran. Ich habe auch schon gegen Willi gemacht. Hast du gewonnen? Nein. Ja, ich bin nicht in Form, ich sage dir alles Quoten. Ich sage, Eli gewinnt. Ich habe nicht so viel Power. Ich sage Quoten, Quoten. Willi, 1,75. Ich sehe mich auch gleich gegen Eli. Eli macht dich so nass. Wenn er nicht gewinnen gegen mich, dann ist das so Quatsch. Nein, ey. Was ist denn das hier? Nichts. Hat sich geschnitten. 1,2,3. Ich habe nur voll kurz. Machen wir kurz? Total Kraft. Das kann jetzt was werden. Du bist ja stark. Omed, mach mal kurz gegen mich. Wenn Omed gewinnt, musst du offline gehen. Drei, zwei, zwei. Mucho dinero! Komm her, komm her! Komm her! Wie jetzt? Wie nachher? Ja! Ich mach gegen City noch einmal. Nein, komm, tut weh! Ich lass meine Arme hier. Schief kurze Hände, Digga. Drei! Drei, zwei. Wie jetzt? Ja! Ja! GORBE! HOGE! HAAAAAAA! HAAAAAA! HAAAAAA! Ich bin doch noch! Ja! Das ist gleich ein kramm im Fuß! Kommt! Was ist los? Hä? Hä? Was hat das für ein Ende, Digga? Ich krieg einen Krampf hier! Ich hätte jetzt docker gelassen, dann hätte ich hier oben gedreht. Hä? Ich krieg einen Krampf im Fuß! Unentschieden! Weiß ich nicht. Jaaaa! Komm her! Ich will dich haben! Ich will dich im Ring! Aber er macht immer den ganzen Tag! Digga, du bist doch jetzt tot! Das schaffst du sowieso nicht! Ich bin jetzt ja müde, deswegen! Okay, komm! Ja, mach dir jetzt gut! Du willst schnell ran! Hä? Grad eben war noch später, später! Ja, weil mein Arm ist tot! Mein Arm ist tot! Aber du weißt, du darfst nicht! Du musst mit meinen Tee! Ich spiel Misu! Ja, okay! Dann brauchst du auch noch! Eins! Warte! Mein Arm ist auch noch ein Armstecker! Komm jetzt! Gerade! Ich hab die Länge! Digga, du bist jetzt schon gerade! 1, 2, 1, 2! Hey! Hey! Komm, Blut! Ha, okay! Hey! Out of my wrist! Can I just spin it? Matter of the coup! Mama no jill! Drop out of the tongue! I'm gonna spin it! I'm gonna spin it! Ich werd müde! Ich weiß! Too many bitches! Was denn da? Hä? Er macht so! Ja, was soll ich machen? Ja, du! Disqualify! Qualify! Okay, haben wir! Bin zufrieden! Halt geh schon mit! Trotzdem gut! Leute, Muskeln sind nicht alles! Disco-Pumper! Elis ist qualifiziert! Sieg für Friede! Got two songs on! And I'm seven meters! Digga, mein Arm, ne? Boah! Mein Arm ist so tot! Too many bitches! Die Maslam! Die sagen, du bist ein Disco-Pumper, Mann! Ja! Digga, ich bin gar nicht mehr in Form! Aber die Fitnessstiles machen wir da auch! Ich bin gar nicht von draußen! Mein Arm tut so hoch! Digga, weißt du was ist krass? Das Ding überall so ne Scheiß-Binner ist! Die da drüben ist geil! Und die da hinten auch? Und die da hinten auch? Und die da auch? Ja, ja! Oh, okay! Friede meinte, die kostet 4 Millionen! Glaube ich! Keine Ahnung! Wir haben eine Fitness-Pumpe! Ja! Ich hab gestern schon ein bisschen gepumpt mit den Jungs da unten! Da sind auch unsere Yogamatten-Jungs! Aber ich mach kein Ding! Keine Beine! Ich mach aber keine Beine! Ich mach aber keine Beine! Ne, Beine tun weh! Ist unangenehm! Und ich will nicht belasten! Belasten! Elevate Latschen, ja? Leak! Aber es sind nicht die richtigen! Das sind Samples wieder, ne? Ne, wir kriegen ja noch weiße! Guck mal, da hab ich mit Schlamm-Paste... Ich muss auf der Sonne raus! Ey, was für ein Trikot! 24 Chicago! Was? Was? Wie kann man einen Lauri-Markan in einem Trikot haben? Ach du liebe Scheiße! Warte mal, da ist nur Meer und Meer ist kalt, oder was? Meer ist kalt, ja! Also ich geh sowieso nicht ins Meer! Ich hab ne Phobie, glaub ich! Ich war mit meinen Füßen! Ich auch! Aber ich kann nicht weiter! So! Wo gehen wir jetzt hin? Runter? Umziehen, oder? Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Was? Lass mich in Frieden! Komm, komm! Lass dich in Frieden! Ich halte ihn fest! Nehm ihn! Jaaaa! Bug! Eli, wie willst du hin? Die ziehen sich um, oder? Ich verkeh' ihn einfach so! Er ist echt mit dem Kind! Omid, zieht ihr euch um, Omid? Ja, T-Shirt! Aber so viel Ehe ist auch eigentlich! Mann, Digga! Tut mir leid! Ha, ha, ha! Arschwurrer! So kommt jeder! He! Ich schwitz so, Junge! Ich hab' das T-Shirt eine Minute angehabt! Ähm, Armdrücken war so anstrengend Hilfe! Hier ist unser Liebesnetzt! Netzt! Er schläft, glaub' ich, in Sperma von mir! Meine kleinen Babys sind da schon, Leute! Warte! Hier sind schon meine Kinder! Das ist Justus! Kevin! Jason! Bellemar! Priscilla ist auch da! Jacqueline! Und Eli legt sich drauf! Junge! Es ist so heiß! Es ist so heiß! Es ist so heiß! ich hasse hitze und ich wollte nach tuba gehen es sind 24 grad oder so und in tuba sind es keine ahnung 35 und ich sterbe hier schon. Freunde was passiert hier, wer bist du denn? jetzt zieh mich kurz was an für den beachclub die hier kombiniert mit ich glaub ich ne die für den beachclub oder ich nehm datchen. ey leute ich hab mich in kaugummi gesetzt wie krieg ich denn das weg ich hab schon versucht abzulecken so aber es klappt nicht also man kann nicht wieder in den mund nehmen. man kann nicht wieder in den mund nehmen den kaugummi, Leute. Leute, ich find's in my head. einfach genau das gleiche wie ich bei NBA hatte. ich hab das so gefühlt. die leute die schreiben 666 das ist es ist die zahl nein 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 das ist die engelszahl 666 teufelszahl nein 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 engelszahl das kommt ja von juice also es kommt nicht von juice aber juice hat es publik gemacht sag ich mal etwas schlechtes nehmen die 666 so hier und in etwas positiv flippen ich geh mal runter wollt ihr euch NBA trikost bei NBA also ich kann ich mal zeigen was ich alles dabei hab aber irgendwie sind hier keine mehr ich glaub die haben die alle schon benutzt. hier ist noch wait. Miami. das ist cool. ja. ich hab den nicht. Eli ist gefahren. dann ist er noch im schloss oder so wollte ich lamello trikot haben lila sehr cool lebron das klassiker jersey das trage ich aber nicht wo ist mein damien lila trikot ich hab keine ahnung Eli wo ist der schlüssel du arsch. ich hab ihn nicht glaub ich. du bist da noch gefahren man muss den noch reinstecken. also ist er noch im auto wahrscheinlich. ist er noch im auto? ich glaub ich hab ihn nicht. so ein verwirrter mann. warum kein boston trikot? ich find die farbe scheiße. Kalle. was will der Knecht? er sagt du bist der dümmste mensch der welt. akzeptierst du einfach? akzeptierst du einfach sagst du. krasser Knecht, er kann meine klöten nennen. er hat auch grad über deine klöten was geschrieben. immer einmal so seine hand. war so richtig krüppelig. ok leute wir gehen gleich los. lasst ein like da. leute ähm nine nine sit. kommt das video. ich geh gleich auf. geh gerade auf. ähm nine nine sit video. challenge von mir gegen willi kommt. äh. morgen oder heute? die guys haben nur noch 15%. sagst du mal tschüss. dankeschön an alle followers. dankeschön an alle subs. kuss geht raus. mua. ja